Herzlich willkommen zu einem neuen Team-Video und bei den Team-Videos geht es hier immer darum, die Menschen hinter America Unlimited, hinter Feinreisen, hinter neuerdings auch Australia Unlimited vorzustellen. Und Australien ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn Martin hat zehn Jahre dort gelebt. Und ja, ob es sein Lieblingsland ist, was er alles so erlebt hat, wohin er noch unbedingt gerne reisen möchte und ob er lieber Strand oder Berge bevorzugt, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ja, Martin, herzlich willkommen. Schön, dass du hier dabei bist in unserem Team-Video. Gerne. Wir machen das immer so, dass wir den Menschen, die gerade zuschauen, schön, dass ihr da seid, so ein bisschen Einblick geben, was machen die Menschen hier bei America Unlimited so hinter die Kulissen und ja, woher kommen sie etc. pp. Deswegen einmal die erste Frage an dich. Was machst du hier bei America Unlimited? Weil du bist ja noch relativ neu, seit dem 1.9. dabei, richtig? Genau, knapp zwei Wochen oder anderthalb. Und ja, was mache ich hier? Reisen verkaufen. Die Träume der Menschen versuchen zu verwirklichen, die wo immer auch sie hinwollen, hinwollen. Ja. Das mache ich schon ziemlich lange. Ich bin jetzt fast 40 Jahre im Geschäft. 40 Jahre? Ja. Genau. 40 Jahre. Also, ich habe das vorhin schon in einem Video gesagt. Das ist krass, weil ich erreiche übernächstes Jahr mein 30. Lebensjahr. Ja. Und sich vorzustellen, dass du schon so viel von dieser Welt vermutlich auch gesehen hast und in dieser Reisebürohung aktiv bist. Nimm es doch mal ganz kurz so dahin mit in deinen Werdegang sozusagen. In welchen Bereichen in der Reisebürohung hast du schon gearbeitet? Also, ganz klassisch ausgebildet im Reisebüro, im Vollreisebüro, damals noch Bahnfahrkarten verkauft und was weiß ich, die Pauschalreise nach Mallorca oder nach Spanien oder damals Jugoslawien oder wo es immer auch hinging. Dann bin ich gelandet bei einem Spezialisten für Nordamerika, bin dann allerdings weitergezogen und nach Hamburg gezogen und dort durch verschiedene Sparten einer großen Reisebürohung Kette durchgelaufen. Habe also einen Flugreisedienst sozusagen betreut, die Flugtickets ausgestellten, bin dann über damals die Schiene des Netto-Ticketings in die Ticketbranche geraten, mehr oder weniger. Habe dann innerhalb der Firma nochmal wieder das Segment gewechselt, bin dann Leiter der Nordamerika-Abteilung geworden. Also, bin sehr viel rumgereist, bin mit Pressegruppen unterwegs gewesen, bin mit Gruppen als Reiseleiter unterwegs gewesen, habe dann nochmal innerhalb von Hamburg gewechselt, auch nochmal ein neues Büro für ein anderes Unternehmen aufgemacht. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Jetzt hast du das schon so viele Jahre gemacht, ich gehe mal ins Ausland. Und habe mich dann entschieden, nach Australien zu gehen. Nach Australien? Nach Australien zu gehen, genau. Und habe vier Jahre Sponsorship-Visum bekommen von einem Unternehmen hier in Deutschland. Und daraus sind dann letztendlich zehn geworden, die dann auch das mit sich gebracht haben, dass ich inzwischen einen australischen Pass habe und die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben vorhin nochmal schon mal kurz drüber geredet, sodass du einen australischen Pass hast. Das ging damals viel einfacher, als es heute der Fall ist. Aber natürlich ein absolutes Geschenk und ein absoluter Segen, weil man mit zwei Pässen reisen kann. Wahnsinn. Und jetzt bist du ja im Prinzip zu einem Zeitpunkt hier zu American Limited gekommen, wo jetzt ja auch Australia Limited vor der Tür steht. Reisen, die wir nach Australien sozusagen verkaufen und für euch Maßschneidern. Welche Rolle spielst du da? Ich hoffe, dass ich da gut mitspielen kann und die zehn Jahre Expertise, die ich mir durch den Aufenthalt da angeeignet habe, natürlich auch im Verkauf gut anwenden kann. Also Australien ist nach wie vor mein absolutes Traumland. Ich habe die zehn schönsten Jahre im Beruf dort verbracht, unter anderem für ein großes Heißluftballon-Unternehmen gearbeitet, aber auch Touren durch Australien gemacht und das ganze Land sozusagen privat und auch mit Gruppen bereist. Und das kann nur von Vorteil sein, wenn man was verkaufen will, denke ich mal. Total, total. Beim Reisen ist es ja ganz oft so, also viel, viel extremer als in anderen Branchen, dass die Leidenschaft dafür und die Identifikation eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wie bist du zum Reisen gekommen und was liebst du am Reisen so sehr? Also zum Reisen gekommen bin ich tatsächlich dadurch, dass ich für ein Jahr nach Nordamerika in den Schüleraustausch gegangen bin mit 17. Wo war das? In Iowa. Ah, okay. Im mittleren Westen. Damals habe ich, als ich die Zusage bekommen habe, mit dem Finger auf der Karte gesucht, wo ist denn jetzt Iowa? Weil wenn man so eine Schüleraustauschgeschichte plant, dann hat man die Hoffnung, man kommt nach San Francisco oder New York oder L.A. oder so. Aber Iowa, nun der mittlere Westen, auf eine Farm mit drei Menschen. Ach. 1.000 Schweinen und 200 Kühen. Ah. Ja. Das war eine spannende Erfahrung. Also eine lange Zeit später ist es eine tolle Geschichte, die du mir erzählen kannst. Genau. Wenn du jetzt vor allem schon ganz, ganz oft in den USA, in Kanada warst, in Nordamerika generell, was sind so deine Highlights dort? Also A, was sind deine Highlights dort? Welche Trips kannst du wärmsten Herzen sozusagen empfehlen an die Leute, die gerade zuschauen? Und B, wo würdest du denn gerne nochmal hin in Nordamerika? Also wärmstens empfehlen kann ich auf jeden Fall Hawaii. Was für ein Wortspiel? Wärmstens? Wärmstens empfehlen, genau. Ist ein Traum, dorthin zu reisen. Ich bin schon mehrfach auf Hawaii gewesen, habe auch mehrere Inseln ansehen können. Und Hawaii erinnert eben sehr an die Ostküste Australiens, weil das ja nun auch nicht mehr so weit voneinander entfernt ist. Sehr gerne mag ich San Francisco, eine der drei meiner Meinung nach schönsten Städte der Welt, neben Sydney und Hamburg. Wegen des vielen Wassers. Warst du schon in Vancouver? Ich war auch schon in Vancouver. Ah, das ist meine liebliche Stadt. Ja, hat sehr viel gemein mit San Francisco. Ich bin immer wieder gerne in New York gewesen, war aber schon lange nicht mehr aufgrund der Tatsache, dass ich so lange in Australien gelebt habe. Und ansonsten reizt mich halt die Natur. Also ich fahre auch immer wieder gerne nach Iowa zurück, weil ich noch Beziehungen mit Leuten aus der Schule und Familienmitgliedern habe. Ich war jetzt im April dort nochmal zu einer Hochzeit eingeladen, also meine erste amerikanische Hochzeit in der Welt war super interessant. Auch in Zeiten von Corona. Ja, und was ich unbedingt gerne noch sehen möchte, was in meiner Bucketlist ganz oben steht, ist Alaska. Da bin ich noch nicht hingekommen, ist einer der wenigen Bundesstaaten, die ich noch nicht bereist habe. Da würde ich gerne nochmal die Natur kennenlernen. Das kann ich mir vorstellen. Also Alaska, man sieht ja immer Bilder, die großen Weiten, die Beeren, die da den Lachs aus dem Wasser holen. Das ist schon ein ganz, ganz besonderer Ort. Also Daumen gedrückt, dass es da bald für dich hingeht. Das wäre super. Jetzt bist du ja schon so viel und so lange reisen gewesen. Was darf denn in deinem Reisekoffer überhaupt nicht fehlen? In meinem Reisekoffer? Ja, die Lust, die Lust aufs Reisen. Also da ist jetzt überhaupt nichts Wichtiges drin, was in dem Koffer fehlen sollte. Man muss immer, wenn man verreist, große Lust drauf haben, sich darauf einlassen, was man sieht, wen man trifft, wen man kennenlernt. Also Kultur und Geschichte, alles, was da so mit zu tun hat, das ist schon, man kann sich eigentlich auf jedes neue Ziel und auf jeden neuen Menschen, den man kennenlernt, einstellen und freuen, ohne dass man irgendwas Bestimmtes im Koffer haben muss. Ja, das finde ich, das hast du total schön gesagt, weil es ist tatsächlich so. Also an aller oberster Stelle steht die Leidenschaft dafür und neue Erfahrungen mitzunehmen. Und das finde ich auch das Tolle am Reisen. Man geht als Mensch logischerweise hin oder reist als Mensch und kommt als anderer Mensch wieder zurück. Weil man immer neue Erinnerungen, neue Geschichten geschaffen hat mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen, mit sich selbst ja auch irgendwo und das ist total schön. Wir machen am Ende immer so ein kleines Entweder-Oder-Spielchen. Okay. Nicht ganz einfach, weil ich weiß, man mag alles irgendwie und vor allem, ich glaube, die erste Frage wird jetzt, glaube ich, schwierig. USA oder Kanada? Kanada. Kanada, begründen es ganz kurz. Viel, viel mehr intensive Natur. Ich war aber weniger in Kanada unterwegs, aber Kanada ist sehr, sehr reizvoll. Ja, okay. Dann Strand oder Berge? Lieber Strand, aber ich bin kein Strandmensch, der die ganze Zeit am Strand liegt. Wenn ich Strand in meiner Reiseplanung mit eingebaut habe, dann möchte ich auch was sehen. Also Stadt in Kombination mit Strand oder Nationalpark mit Strand, super, aber nicht 14 Tage irgendwo nur den Bauch in die Sonne legen. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Mietwagen oder Camper? Beides. Also mit Mietwagen kommt man manchmal etwas einfacher durch die Gegend. Der Camper ist super spannend. Ich hatte auch schon mal selber privat einen, also ich fahre sehr gerne mit dem Camper durch die Lande und ich kann das nur empfehlen, das ist total spannend. Und man kriegt von der Natur noch viel mehr mit, als wenn man im Mietwagen und in den Hotels unterwegs ist. Aber beides ist super. Backpack oder Koffer? Koffer. Ganz klare Entscheidung, Backpack nie gewesen, wird es auch nie werden. Okay. Spannend. Ich bin tatsächlich eher, also selbst auf so klassische Koffer, also wo man eigentlich einen Koffer mitnehmen könnte, schläge ich mir irgendwie ein Backpack auf. Irgendwie mag ich das total gerne, so dieses Gefühl zu haben. Aber da ist ja auch jeder unterschiedlich. Genau. Und dann schickes Hotel oder Wilde Lodge im Wald irgendwo? Beides. Also die Wilde Lodge im Wald ist mit Sicherheit sehr reizvoll und auch spannend, aber manchmal braucht man auch mal ein schickes Hotel. Und ich mache mich dann auch schon mal schick und gehe auch gerne sehr gut und sehr lecker essen. Also die Kombination aus beidem ist meiner Meinung nach eine gute Kombination und die sollten wir ja auch für unsere Kunden auf die Reihe kriegen. Definitiv. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Gespräch dabei zu sein, Martin. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Geballte Reiseerfahrungen, die hier sitzt. Also nutzt die gerne aus. Wir haben hier Reiseberaterinnen und Reiseberater, wie auch eben Martin, die eine ganz, ganz hohe Expertise haben. Vor allem natürlich auch, wenn es jetzt um das Thema Australien geht. Also ja, wir halten euch da auf dem Laufenden. Also ob sofort auch gerne mit Australien-Anfragen auf uns zukommen. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr in diesem Video dabei gewesen seid und hoffe, wir sehen uns im Nächsten. Vielen Dank. Jo, macht's gut. Jo, macht's gut.